Ja, ich habe hier die Sina Stadel bei mir von der Firma Klemann. Könntest du dich und dein Unternehmen vielleicht mal kurz vorstellen? Genau, ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Ich bin die Sina Stadel, ich bin bei Klemann im Personal tätig und die Firma Klemann ist hier in Göppingen ansässig, oben im Stauferpark, der eine oder andere kennt es vielleicht. Wir haben 600 Mitarbeiter und Stellenbrech- und Siebanlagen her, gehören unter anderem zu der Wirtgen Group. Genau, und die Wirtgen Group gehört noch zu der John Deere Company, das sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was. In welchen Bereichen sind die Studierenden besonders gefragt? Also wir stellen eigentlich grundsätzlich in allen Bereichen Studierende ein, genau, bieten da Werkständentätigkeiten an, Praxissemester, aber auch Abschlussarbeiten. Und da ist natürlich besonders der technische Bereich sehr gefragt, was natürlich auch hier zu den Studiengängen hier in Göppingen von der Hochschule Essling sehr gut passt. Genau, aber natürlich auch in den anderen Bereichen, also auch Marketing, Einkauf, Personalqualität, Vertrieb. Da ist eigentlich alles mit dabei, wo wir gerne studentische Unterstützung bei uns an Bord haben. Ach cool, also gibt viel zu tun hier. Stichwort Work-Life-Balance. Wie sieht es da bei euch so aus? Ja, genau, wird natürlich auch immer wichtiger und ist natürlich ein Punkt, der die Studierende aktuell interessiert. Ganz klar, wir bieten da Homeoffice an, also auch für Studierende. Natürlich, die festen Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, aber auch die Studierenden können ganz einfach in Abstimmung mit dem Vorgesetzten am besten ins Homeoffice natürlich gehen, sind ausgestattet mit einem Laptop, haben die Möglichkeit, dann auch von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist immer mega gut, weil als Studierender brauchst du manchmal irgendwie dein Zeitmanagement mit Vorlesungen und allem und wenn du dann noch Homeoffice arbeiten kannst, ist das doch dann tatsächlich sehr gut. Genau. Ja, sehr schön. Freut mich, dass du da gewesen bist. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, sehr gerne.